Herzlich willkommen zu diesem Kurstutorial, in dem wir euch mit unserem neuen Bonus vertraut machen möchten. Wir erklären euch, was ihr tun müsst, um alle Funktionen des neuen Bonus zu nutzen und wie ihr euch hier zurechtfinden könnt. Aber vielleicht zunächst mal zu der Frage, warum sieht Bonus überhaupt jetzt ganz anders aus als vorher? Es ist so, dass wir gemeinsam mit anderen Hochschulbibliotheken in NRW auf ein neues, modernes und vor allem einheitliches Bibliotheksmanagement-System umsteigen. Dadurch war auch eine Aktualisierung von Bonus nötig. Diesen Umstand haben wir genutzt, um auch das Suchportal grundlegend zu aktualisieren. Trotzdem stehen euch weiterhin die gewohnten Suchfunktionen zur Verfügung. Zusätzlich konnten wir aber einige neue Features realisieren, die eure Suche nach Literatur noch weiter verbessern sollen. Der erste wichtige Schritt für euch ist nun die Vergabe eines neuen Passworts. Da eure Passwörter bei uns nur verschlüsselt vorliegen, können wir sie nicht in das neue System überführen. Das ist aber gar kein Problem. Um ein neues Passwort zu vergeben, klickt ihr hier rechts oben auf Anmelden und gebt eure Benutzernummer auf der Rückseite des Bibliotheksausweises an. In das Passwortfeld könnt ihr dann irgendeinen beliebigen Wert eingeben. Es dient lediglich dazu, euch auf die nächste Seite weiterzuleiten. Alternativ könnt ihr auch hier auf Passwort vergessen klicken. Gebt nun bitte entweder eure Benutzernummer oder in das untere Feld eure E-Mail-Adresse ein. Und zwar ganz wichtig, eine Mail-Adresse, die bei uns hinterlegt ist, denn sonst kann das System sie nicht zuordnen. Für Uni-Angehörige ist das in der Regel die Uni-Mail-Adresse. Im Anschluss erhaltet ihr eine automatische Nachricht auf diese E-Mail-Adresse. Bitte folgt dem Link in der Mail und dann könnt ihr ein neues Passwort vergeben. Mit diesen Daten können wir uns nun den Bonus anmelden. Das solltet ihr im neuen Bonus übrigens am besten immer als erstes tun. Denn nur wenn das System euch erkennt, erhaltet ihr personalisierte Ergebnisse zu den einzelnen Verfügbarkeiten, jeweils angepasst an euren Benutzerstatus, zum Beispiel als Studierende, Mitarbeitende oder als Externe. Nun könnt ihr hier eure Suche starten, indem ihr einfach Suchbegriffe in den Suchschlitz eingebt, so wie ihr es bereits kennt. Die Ergebnisliste zeigt euch dann Treffer aus dem gesamten Angebot der ULB an. Diese enthält sowohl gedruckte als auch online verfügbare Medien. Unter dem Suchschlitz findet ihr erste Möglichkeiten, eure Suche schon mal anzupassen. Mit allen Suchbegriffen zu suchen, ist sinnvoll, um möglichst breit nach einem Thema zu recherchieren. Beginnend mit ermöglicht euch explizit nach dem Anfang eines Titels zu suchen. Mit der exakten Begriffsfolge bietet die Möglichkeit, Suchbegriffe in genau dieser Reihenfolge zu suchen. Das führt zu einer exakteren Suche und ist zum Beispiel sinnvoll, wenn im Titel sehr häufig benutzte Wörter vorkommen. Im zweiten Auswahlmenü könnt ihr festlegen, in welchen Suchfeldern nach euren Begriffen gesucht werden soll. Also zum Beispiel nur im Titel oder im Namensfeld. Natürlich steht euch hier auch wieder die erweiterte Suche zur Verfügung. Suchen wir einmal mit diesem Beispiel hier Hausarbeiten schreiben. Ihr seht, dass Bonus euch hier bereits bei der Eingabe mögliche Suchbegriffe anbietet. Nach Abschicken der Suche erhaltet ihr eine Ergebnisliste. Sie zeigt euch, ähnlich wie ihr es beim alten Bonus gewöhnt seid, Titel, Autor, Autorinnen, Erscheinungsjahr, auch den Medientyp, wie hier zum Beispiel ein Buch. Unter den Treffern seht ihr jeweils, ob das Werk online verfügbar ist oder in Printform vorhanden ist und in diesem Fall auch, wo genau es steht. Hier rechts am Rand habt ihr weitere verschiedene Filtermöglichkeiten. Mit diesem Button könnt ihr eure Suche erweitern, indem eure Suchbegriffe auch in Volltexten von Online-Dokumenten gesucht werden. Außerdem könnt ihr eingrenzen, ob ihr nur Online-Dokumente sehen möchtet oder zum Beispiel nur Medien angezeigt bekommen wollt, die wirklich vor Ort stehen. Auch nach Bibliothek, dem Medientyp oder dem Erscheinungsjahr könnt ihr filtern. Beim Klick auf einen Treffer öffnet sich ein neues Fenster mit weiteren Informationen zu dem Medium. Hier seht ihr zum Beispiel auch, wie ihr an ein Buch gelangen könnt. In diesem Fall steht es im Freihand-Magazin und ihr könnt es euch einfach aus dem Regal nehmen. Bitte denkt daran, dass wir stetig am neuen Suchportal arbeiten und es sich in den kommenden Wochen und Monaten und wahrscheinlich auch darüber hinaus noch weiter verändern wird. Manche Anzeigen sehen daher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz ideal aus. Wir möchten gerne eure Erfahrungswerte sammeln und darauf aufbauend bestehende Funktionalitäten verbessern und neue Funktionen einbauen. Wenn euch etwas auffällt oder ihr nicht weiter wisst, könnt ihr gerne diesen Feedback-Button benutzen. Auf unseren Webseiten findet ihr ansonsten alle wichtigen Infos, Hilfen, Tipps zum neuen Bonus und weitere Materialien zur Unterstützung werden auch noch folgen. Natürlich könnt ihr ansonsten bei Fragen aller Art rund um die Literaturrecherche euch auch immer gerne an die Infoteams vor Ort wenden.